Herzlich Willkommen bei Kameinander ganzheitlich gesund. Ich möchte euch heute ein paar Dinge über das HNO, also Hals, Nasen, Ohren, System, Bronchien und Lungen erzählen. Und zwar, also ich fasse mich kurz, ich habe einen gesamten Vortrag gerade schon bearbeitet und auch mal eingesprochen, allerdings für die Fachleute und möchte hier euch nochmals ein paar Dinge hier zu sagen, die euch wahrscheinlich noch gar nie über den Weg gelaufen sind. Wer mich übrigens noch nicht kennt, mein Name ist Karl Hartner. Ich bin Arzt, niedergelassen in eigener Praxis seit 2006 schon und behandle, die Therapiere ganzheitlich und ursächlich versuche, als die Ursachen herauszufinden von den Erkrankungen, um in die wirkliche, echte Heilung zu gehen und behandle auch integrativ, natürlich auch mit Schulmedizin, aber eben in diesem Sinne auch mit naturheilkundigen und weiteren Methoden. Gut, es ist wichtig zu wissen, dass eben die Lungen und der gesamte HNO-Trakt geschützt wird durch Stickstoffmonoxid, durch NO-Stickstoffmonoxid. Allerdings, also Stickstoffmonoxid ist ein Infektionsschutz gegen Bakterien und auch gegen Viren. Und die Stickstoffmonoxid-Konzentration liegt beim gesunden Menschen im Hals-, Nasen- und Rachenraum fünf bis zehnmal höher als in der ausgeatmeten Luft. Es heißt also, auch in den Bräunchen ist der NO-Stickstoffmonoxid-Gehalt deutlich höher. NO gleich Stickstoffmonoxid. Problem ist, dass, wenn es dann zu einer Infektion kommt, und das ist ja jetzt, kommt der nächste Winter, Herbst, Winter, und wenn es zu einer Infektion kommt, induzieren die Abwehrzellen zusätzlich Stickstoffmonoxid, was natürlich dann Folgen für unsere Mitochondrien hat, bis zu 30 Mal mehr als zu den Vorwerten. Und das macht natürlich dann einen nitrosativen Zellstress, also einen Stickstoffmonoxid-Stress. Und die Mitochondrien werden hier angegriffen, unsere Energie. Und deswegen ist auch eines der Gründe, warum wir, wenn wir eine Erkältung bekommen, in ein Energiedefizit fallen. Und da ist natürlich wichtig, dass wir uns dafür dann auch schützen, zeitgleich. Mit was schützt man sich denn? Dann, wenn eine Erkältung anfällt, wie ein viraler Infekt oder auch ein bakterieller Infekt. Und eben bei einem gesunden Immunsystem Stickstoffmonoxid dann hochgeschraubt wird. Mit was schützt man sich denn da? Ich komme nachher noch darauf zu sprechen. Und dann haben wir noch eine innere Schutzschicht des Atmungstraktes, sagt man da. So eine Schleimhautschicht, kann man da auch sagen. Und das ist eine fettige Schicht. Und was braucht denn diese wiederum? Außer Proteine, wie unser gesamtes Immunsystem, braucht diese fettige Schicht. Lecithine und Kontroitine. Auf dies kann man auch mal achten. Genauso wie alle weiteren Schleimhäute in unserem Körper, wie zum Beispiel Magen- und Darmschleimhaut, wie auch die Blasenschleimhaut, auch die gynäkologische Schleimhäute bei den Frauen und die Gelenkschleimhäute. Also Lecithin und Kontroitin. Und das ist also extrem wichtig, auch für die Sauerstoffaufnahme in den Lungen. Wenn das fehlt, ist also auch die Sauerstoffaufnahme einfach in den Lungen vermindert. Und wenn natürlich so ein starker Stickstoffmonoxid-Stress entsteht bei einer Infektion, das wirkt sich natürlich nicht nur auf die Mitochondrien aus, sondern auch auf die aromatischen Aminosäuren der Proteine. Die werden durch Peroxenitrit Schachmatt gesetzt. Deswegen ist also die ganze Mitochondriale-Medizin hier extrem wichtig. Und dieser ganze Teufelskreis, der da entstehen kann, auch durch den Stickstoffmonoxid-Stress oder durch den nitrosativen Stress, kann einer der Ursachen sein für empfindliche Bronchien, für chronische Bronchititen, chronische Husten, Reizhusten und auch Asthma-Bronchiale. Und die Steigerung wäre dann eine COPD, eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung. Und da gibt es immer mehr hierzulande und mit den ganzen Komorbiditäten, wie zum Beispiel verminderte Sauerstoffversorgung des Körpers, verminderte Sauerstoffversorgung des Herzens selbst, Herzschwäche, das metabolische Syndrom oder auch Syndrom X genannt, also Fettleibigkeit, Diabetes, zu hohe Cholesterinwerte und hoher Blutdruck, ein Diabetes Bellitus Typ 2 per se, Depressionen, Sodbrennen, Psoriasis vulgaris, also die Schuppenflechte, ein Apnoe-Syndrom, also auch Schnarchen in der Nacht, Gelenkschmerzen, Muskelschwäche, Muskelschmerzen und so weiter sind die Begleiterkrankungen dieser Lungenschwäche, COPD. Das ist eine chronisch obstruktive Pulmonary Disease auf Deutsch übersetzt. Gut, die Konsequenzen sind hier natürlich ganz klar erst mal als Basistherapie, die Mitochondrien zu behandeln, das ist ganz wichtig, die gesamte mitochondriale Therapie und des Weiteren ganz wichtig auch eine antivirale, antibakterielle Behandlung, auch eine Behandlung gegen Toxine, also die ganzen Umweltegifte sollten behandelt werden, wie auch der Elektrosmog sollte beachtet werden. Das ist zu nennen, auch chronischer Stress zu reduzieren, Zahnherde, Störungen im Energiefeld, also energetische Störungen sind hier auch noch wichtig und für die Therapie ist auch immer wichtig, ich sage immer die Kneippschen Anwendungen, kalt warmes Duschen, Wechselbäder, körperliche Aktivität an der frischen Luft, Ausdaueraktivitäten, Spaziergänge, Nordic Walking etc., auch Yoga und Atemübungen wären hier zu nennen. Weil eben, wenn die Mitochondrien hier in Mitleidenschaft gezogen werden, eben auch Muskelschmerzen, Muskelappau entstehen können, auch Arthrosen, Arthritis und Instabilität der Gelenke, die wiederum diese Erkrankung, wiederum eine mitochondriale Dysfunktion forcieren, dann haben wir den Teufelskreis. Und auch dann wird in der Schumelzien, werden dann häufig unter anderem Brontiodilatatoren verschrieben, aber auch Cortisonsprays zum Beispiel bei gestressten Brontien, bei Asthma. Und das gibt natürlich dann ein Immunsystemdefizit, eine Immunsuppression und auch einen Kalium- und Magnesiumverlust, der hier ausgeglichen werden muss, da nämlich sonst Herzrhythmusstörungen und Muskelkrämpfe die Konsequenzen darstellen können. Kommt ganz zum Schluss noch drauf, was hier an der Basistherapie gemacht werden kann. Ganz wichtig ist auch noch Feinstaubbelastungen zu meiden, Raumsprays zu meiden, ganz wichtig auch Tonerstäube von Kopierern und Druckern, Verkehrsabgase, Gewerbegifte wie Lösungsmittel, Holzstäube und Zigaretten auch zu meiden. Das ist ganz, ganz wichtig. Auch Nitrate und Nitrite sind zu meiden aus Wurst, Speck, Salame und Schinken und auch fertige Gerichten. Wir haben ja die Zusatzbezeichnung E249 und E250, das ist Kalium- und Natriumnitrit. Die sollten wir tunlichst meiden und auch mal schauen, was auf der Verpackung der Lebensmittel draufsteht. Und im Winter sollten Nitrate und Nitrite gemieden werden in Blattsalaten, Eisbergsalaten, Feldsalaten, Spinat und Wurzelgemüse, Moorrüben, Karotten, Rote Beete, Kohlrabi. Das befeuert sonst diese Entwicklung dieses Teufelskreises der mitochondrialen Dysfunktion. Auch auf Chlorgase in Schwimmbädern, da geht man häufig ganz gerne in Schwimmbäder im Winter, diese sollten gemieden werden, weil diese Chlorgase immer schädlich wirken. Ein zweistündiger Schwimmbadaufenthalt im Wasser bedeutet ein Einatmen von 4 bis 6 Gramm Chlorgas. Das heißt, ein Arbeitsmediziner müsste bei solchen Werten diesen Arbeitsplatz sofort sperren. Auch Säuglingschwimmen und Kleinkinderschwimmen sollte gemieden werden. Da gibt es Studien, wo Experten darauf hingewiesen haben, dass Kleinkinder, die häufig in chlorhaltigem Wasser baden, sich aufhalten, vermehrte Infektionen, Durchfälle und Mittelohrentzündungen bekommen. Die Lungenfunktion kann nach einem solchen Aufenthalt bis zu zwei Wochen eingeschränkt sein. Und auch Asthma und Allergieerkrankungen gehen da in die Höhe. Gut, und dann gibt es dann auch noch, wenn man gerade die Bestandteile im Wasser noch nimmt, wie Urin zum Beispiel, Hautabschilferungen und weitere menschliche Absonderungen mit dem chlorhaltigen Badewasser obendrein. Es gibt dann giftige Folgegase, die dann knapp über der Wasseroberfläche eingearbeitet werden. Und die wirken immun-toxisch, nerven-toxisch und mitochondrial-toxisch. Gut, also diese ganzen Umweltgifte, auch Fluor, Chlor, Brom sind hier zu nennen, sind natürlich stark radikalbildend und hochtoxisch. Dioxine, Furane, Lindane, DDT, BCP, BCB, Bisphenole und so weiter, die in der ganzen Nahrungskette drin sind und die dann der menschliche und der tierische Körper gar nicht mehr richtig abbauen kann oder wenn überhaupt. Und in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg übrigens waren diese Stoffe in den menschlichen Körpern im Blut noch nicht zu finden. Heutzutage sind diese hochgiftigen Geschichten hier vom Säugling bis hin zum Kreis im Blut, in den Nerven und im Fettgewebe sowie in der Muttermilch und im Neugeborenen wie auch in der Nabelschnur zu finden. Und das ist eine sehr bedenkliche Entwicklung. Problem an der Sache ist auch noch, nicht nur, dass sie hochtoxisch wirken und unseren Körper großen Schaden zufügen, Immunsystem, Bidochornden und so weiter, die amen auch, diese Gifte amen Hormone nach. Also man spricht auch von Xeno-Östrogenen. Das bringt den gesamten Hormonhaushalt durcheinander. Xeno heißt Fremdöstrogene. Fremdöstrogene also. Und schon im Fötus hat man festgestellt, dass die Differenzierung der Hirn- und Körperreifung in die Richtung weiblich geht. Das heißt, die Menschen verweiblichen, die Tierwelt verweiblicht. Auch, das wissen wir schon lange, die Eisbären, zum Beispiel Eisbären, die sind schon verweiblicht. Das müsst ihr euch mal vorstellen. So weit geht das schon hier mit unserer Umweltverschmutzung. Vielleicht ist es auch die antievolutionäre Antwort auf das Patriarchat, was die Menschheit jetzt verweiblicht. Aus den letzten Jahrtausenden. Wer weiß. Gut, ich fasse jetzt nochmals zusammen und möchte nochmals sagen, was ist denn beispielhaft hier wichtig für den HNO-Trag und für die Lunge in der Basis-Therapie. Ich spreche jetzt mal nur von der Basis-Therapie, nicht von den weiteren Möglichkeiten wie der Akupunktur, der Homöopathie, der Pflanzenheilkunde und so weiter. Was brauchen wir in der Basis-Therapie? Wir brauchen die gesamte mitochondriale Medizin. Die ist heutzutage sehr wichtig. Also vom Vitamin C bis hin zum Magnesium. Und diese Stoffe zähle ich jetzt nochmals ganz kurz auf. Wer möchte, kann hier auch mitschreiben. Wir brauchen dann, wenn wir einen Infekt bekommen, auf jeden Fall ein hochdossiertes Vitamin B12 mit 1000 bis 3000 Mikrogramm. Am besten als Methylcopalamin-Lutschtabletten. Ich nehme die von Dynamik-Bürst. Die schmecken gut, die sind günstig und die funktionieren auch. Das kann man im Labor dann sehen bei meinen Patienten. Dann Lecithin und Chondroitin. Lecithin und Chondroitin für die innere Schutzschicht des Atmungstraktes. Da könnt ihr auch mal gucken, woher ihr das kriegt. Es gibt auch Kombipräparate. Lecithin als Sonnenblumen. Lecithin zum Beispiel. Oder auch Sojalecithin. Das kann man sich mal vorm Haus kaufen. Dann natürlich die antivirale, antibakterielle und entgiftende Therapie. Per se auch Vorsicht mit Elektrosmog, bitte. Das ist auch immer wichtig. Das WLAN bitte nachts ausschalten. Und vermehrte körperliche Aktivität wäre hier auch zu nennen im Sinne von Sebastian Kneipp. Vorsicht mit Feinstaub und so weiter, was man alles einatmen kann an toxischen Geschichten. Auch beim Tanken zum Beispiel, beim Benzin- oder Dieseldämpfe einatmen. Vorsicht, Vorsicht. Und jetzt nochmals zur mitochondrialen Geschichte. Also N-Acetyl-Systein ist ja sehr, sehr wichtig. N-Acetyl-Systein, da habe ich auch hier auf YouTube schon einige Beiträge darüber gemacht. Was macht N-Acetyl-Systein? 500 bis 1500 Milligramm pro Tag. Wirkt wunderbar auf unser Immunsystem. Wirkt auf das Glutationssystem als Vorstufe. Schwefelhaltige Aminosäure-Systein. Wirkt antientzündlich, antiviral, gefäßschützend und spaltet Disulfid-Brücken. Wo sind denn die Disulfid-Brücken? Nicht nur im Lipoprotein A, sondern auch in dem Bronchial-Schleim, dass der besser abgehustet werden kann. Oder auch der Nasale-Schleim, auch in den Nasen-Nebenhöhlen, dass der rauskommt. Aber auch die Disulfid-Brücken von Viren, die werden dann unschädlich gemacht. Von Viren. Und hilft bei der Vitamin-D-Verwertung, dass Vitamin-D besser verwertet werden kann. Nämlich nur allein Vitamin-D einzunehmen. Das ist zwar gut, aber nicht der Weisheit. Letzter Schluss, da sollte auch auf Vitamin A geachtet werden. Und auf Zystein unter anderem. Und Magnesium und Zink übrigens. Und es wirkt antitoxisch und entgiftend und vieles mehr. Also N-Acetyl-System, 500 bis 1500 Milligramm pro Tag. Und des weiteren Q10 sollte eingenommen werden. So 100 Milligramm. Ein Vitamin-B-Komplex, ein ordentlicher, der auch funktioniert. Also kein Billig-Komplex, sondern wie gesagt, dann eher mal von... Dynamik Plus nehme ich hin. Der ist nämlich richtig hoch dosiert. Da reicht eine Kapsel pro Tag. Vitamin A, 5000 bis 10.000 Einheiten pro Tag. Mal über eine Zeit im Zeitraum. Oder das Ganze mal 7, einmal pro Woche. Geht auch. Bitte ein natürliches Vitamin A nehmen. Kein synthetisches. Präfere ich jedenfalls. Und gebe das so meinen Patienten weiter. Vitamin D, 5000 Einheiten pro Tag. Oder mal 7 pro Woche. Auch bitte eins, das nicht toxisch belastet ist. Entschuldigung, die meisten sind toxisch belastet, weil die werden aus Schafswolle hergestellt. Und wenn die Schafe irgendwo auf Feldern stehen, die in der Nähe von Autobahnen sind oder ähnlichem oder gespritzt werden, dann ist das da alles wunderbar drin in diesen Vitamin D Produkten. Dann des Weiteren. 500 bis 1000 Milligramm pro Tag. Taurin, wichtig. Lecithin, habe ich schon gesagt. Chondroitin. Lecithin, 1 bis 1,5 Gramm pro Tag. Eventuellen hochdosiertes B12-Has-Methyl-Copalamin. 1000 bis 3000 Mikrogramm pro Tag. Eventuellen Benfotiamin. Gibt es in der Apotheke zu kaufen. Die Vorstufe des B1. 300 Milligramm pro Tag. Wunderbar für die Mitochondrien. Könnt ihr auch in den weiteren Videos von mir nochmals nachhören. Magnesium und Kalium. 300 bis 600 Milligramm pro Tag. N-Acetyl-Systeiden habe ich schon genannt. Alpha-Liponsäure. Eventuell auch Carnitin als mit der von ideale Substanz nochmals. Alpha-Liponsäure auch 200 bis 400 Milligramm. Und Carnitin so 500 bis 1000 Milligramm pro Tag. So, also das sind in Kürze mal die Fakten, die wichtig sind. Die meisten Menschen haben hier immense Mängel. Das sehe ich tagtäglich seit ganz, ganz, ganz vielen Jahren. Jeden Tag im Labor von meinen Patienten. Und da möchte ich euch also darauf hinweisen, dass das hier doch wichtig ist. Ich sage es nochmals. Ich verschreibe meinen Patienten viele Produkte von der Firma Dynamik Plus, weil ich davon nicht nur überzeugt bin, sondern auch in der Produktentwicklung mitmache. Und die auf meine Expertise hören. Und das ist mir sehr wichtig, weil ich schon seit weit über 20 Jahren in diesem Bereich der Ernährungsmedizin beruflich arbeite als Arzt. Okay. In diesem Sinne, könnt ihr unten auch gucken. Ich habe das unten alles mal verlinkt in der Videobeschreibung. Wünsche ich euch ganz, ganz viel Gesundheit. Und ja, bleibt stabil. Bis zum nächsten Mal. Ciao.